Herzlich Willkommen bei den Formel 1 Satire News. Saisonschluss 2009. Während Sebastian Vettel in Abu Dhabi Erster und WM Zweiter wird, hat Shopping-Weekdem Nico Rosberg nur die Abschlussfeier im Kopf. Aber was ist das denn? Wollten Sie mir das etwa vorenthalten? Endlich das richtige Outfit für die Afterrace-Party! Niko, das ist doch nur der Öllappe! Vergiss es! Das teilnehme ich! Nehmt ihr die Visa-Platin? Was war das nicht für eine lustige Saison? Die Kindergarten-Streitereien zwischen Fia und Fota nach dem Motto viel Lärm um nichts? Schumis come back! Bei mir ist die Liebe zum Sport ungebrochen. Ach ne, doch nicht! Mein Nacken! Time to say goodbye! Hieß es endgültig für Crash-Gate-Opfer Flavio Briatore? Kronprinz Vettel entwickelte sich zum Überflieger. Ich glaube das reicht! Weltbeister! Wurde Brite Jensen Button. Ich spiel doch egal ob da Braun draufsteht. Schumi hatte das natürlich schon immer gewusst. Der Jim Knopf hier ist ein ganz talentierter Fahrer. Fast so wie ich früher. Tja, bleibt nur zu hoffen, dass es alle rechtzeitig zur Party schaffen. Hi Nick! Was ist? Kommst du noch mit auf die Bierchen? Der Bernie gibt einen aus! Ich komm nach! Alles klar! Bis später! Weitere Formel 1 Comedy Clips auf www.motorsport-magazin.com 1 1 1 2 1 2 2 2 3